Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ich war mal so frei, eine Schnellreise zu unternehmen. Denn ich würde gerne noch... Hier haben wir noch eine Templerjagd und wir haben hier noch eine Kopfgeldjagd. Denn ich würde hier gerne noch dieses Gebiet Lambeth einnehmen. Und deswegen wollte ich hier schon mal eine Schnellreise hinmachen. Da sind wir ganz einfach sehr viel näher an den ganzen Sachen dran. Und dann kümmern wir uns noch um diese zwei Sachen. Ich würde mal mit der Kopfgeldjagd anfangen. Verzeihung. Hier haben wir noch einen Händler, sehr gut. Ähm, ich wollte mal ganz kurz gucken. Ah ne, Leder haben wir leider noch keins gefunden. Das kann man bei ihm aber auch nicht kaufen, ne? Die Schatzkarten waren relativ teuer. Na gut, mein Freund, dann habe ich erstmal nichts weiter. Ach, ne Mieze. Hallo. Hallo Miezi. Ja, die Katze ist interessant. Oh, ich versuche es uns zu sagen. Oh, ich versuche sie zu sprechen. Ah, wir müssen uns das nicht vor. Oh, nein, ich versuche es zu sprechen. So, ich versuche es zu sprechen. Ich habe jetzt nicht gesagt, du sollst angreifen. Es ist schwer, heutzutage gutes Personal zu finden. Ich werde, ich versuche... Hey! Was machst du? Was hast du gesehen? Jetzt ist es ruhig. Ich habe nichts getan, ich versuche. Was ist dann mit den beiden thugern? Und eine kleine Gespräche über deine Freundin? Ich würde es wieder tun, wenn sie gefragt hat. Sie ist eine der größten Figuren in London. Sie sagt mir, ich mache etwas, dann mache ich es. Und zurück, sie bietet Essen auf meine Tabele. Wir sind jetzt Freunde, nicht wahr? Was könnte passieren? Hey! Was machst du das? Was hast du gesehen? Schau dich! Wir haben nur Arbeit zu tun. Hey! So, rein mit dir. Hey! Hilfe! Ich bin getötetet! Ach, Gott dammit. Also, das ist gut. Ich bin gut. Ich bin gut, ihr Leute. Das ist das. Wie geht'se? Ich bin gut. Sie können gut! Es ist ein gutes Rad. Ok, kommt der Freundin. Okay. Achso, für die Übergabe in meiner Kutte. Also doch, nochmal rein. Ja, ist gut. I hear her sister is the real menace. Nice. So, und dann haben wir hier noch die Lembeth-Tyrannen. Eine Templerjagd. Die ich auch noch erledigen möchte. Okay, dann lasst uns mal diese Templerjagd noch erledigen und dann müssten wir eigentlich diesen Gebietskampf bekommen, den Anführer, den wir ja schon mal zu Gesicht bekommen hatten mit Evie. Und wenn wir den dann besiegt haben, dann gehört uns das nächste Gebiet. Nee, du hast mich jetzt schief angepackt. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Das hat mir gar nicht gefallen. Das hat mir gesagt. Musik Nicht mehr zwei Zivilisten töten lassen Musik 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 Templerjagd abgeschlossen. Das Ziel nicht mehr als zwei Zivilisten töten lassen. Nice. So, dann haben wir jetzt auch das letzte Gebiet hier gekleert. Uneingeschränkter Erfolg. Du hast eine Trophäe erhalten. Genau, der Bandenkrieg in Lembev ist jetzt verfügbar. Und genau den möchte ich auch machen. Okay. hier rüber ich muss schon sagen diese Seilrutsche ist wirklich sehr sehr praktisch da kann man nicht meckern soo Bandenkrieg let's go ein sadist na gut oh ich seh schon komm wir müssen mit der Kutsche fuhren ok let's go oh oder doch nicht dann kommt ja mein Freund da sind wir ein Abschiedslied au oh ok du bist falsch getrunken ja 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 j bater ja 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 h loro nein nein eh Das gefällt mir. Okay, jetzt lass mich mal kurz gucken. Okay, ein Fähigkeitspunkt. Alles klar, dann kümmern wir uns mal um die nächste Mission, der Ursprung des Sirups. Das ist ein Fähigkeitspunkt. Das ist ein Fähigkeitspunkt. Wirklich? Ich könnte sagen, dass wir close friends waren. Mr. Owen arbeitet in der Asylum. Er wird wissen, wer den Sirup gemacht hat. Schau ihn! 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 Schau ihn auf den Pferden! Wir Pferdchen! Wir Pferdchen! Wir Pferdchen! What the hell? Was? Wieso bin ich jetzt... Wieso bin ich jetzt runtergefallen? What the hell? Da habe ich nicht aufgepasst. Verzeihung! Tut mir leid! Sorry! Vorsicht, ich habe Pferd. Grundsätzlich immer. Zufall noch! beat' mit dir, Raffian! Set' mit dir! Entschuldige! Ach! Whatever Darwin is praying you, it's not worth it! Do you realise how much trouble your'e in? Ja, nicht nur? Wenn du mich Intimidierststststststststststststststststststststststst... Ich habe immer überrascht, wie viel dieser Art von Fahrzeug könnte das Fahrzeug nehmen. Gehen, Frau. Wir kommen durch! Wir sind gut hier. Ich habe nur ein paar Fragen für Sie, Herr. Whatever es Darwin will, ich will nicht geben. Ich nehme das! Was ist Starik's Soothing Syrup? Soothing Syrup? Why does scientists have any interest in panaceas? Ich wager dein Leben, Herr Orwin, dass du etwas kennengelernt hast! Stop! Ich sage dir, ich weiß nichts! Ich sage nicht, ich sage nicht mehr! Ich sage nicht mehr, dass ich noch nicht mit jemandem beenden. Ich sage nicht mehr, Herr Orwin! Es gibt noch einen Schiff! Der nächste Stoff! Der Stoff! Der Stoff! Der Stoff! Ich sage jetzt! Stop! Ich sage dir alles, was ich weiß! Dr. Eliotson! Dr. John Eliotson! Er hat den Elixir formuliert. Er ist der Mann, der du willst! Nicht ich! Ich sage dir, Herr Herr. Stop! Was das so schwer ist? Yes! Der Ursprung des Syrups abgeschlossen. Handschuhvorlage verstärkt. Dann würde ich die mir doch gerne mal angucken. Dann ist das wieder gleichwohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, so weit, so gut. Dann, holy crap, wie weit sind wir denn gerade gefahren, ey? Wir waren hier und jetzt sind wir hier. Okay, nicht schlecht. Okay, wir haben Sympathisanten. Hier noch eine weitere Charles Dickens Erinnerung. Unzustellbare Briefe. Okay, dann würde ich gerne hier mal zu diesem Aussichtspunkt. Damit wir uns mal hier schnell synchronisieren können. Okay, dann würde ich... Ist hier oben vielleicht auch noch so eine Spieluhr? Ich meine, das Rätsel hatte ich ja per Zufall gelöst gehabt. Ich wusste ja nicht mal davon, wie das Rätsel ging und dass ich da oben dann das finde. Eine weitere Spieluhr. Wunderbar.